...manch Liebe ausgedrückt wird mit Mitteln des Konsums. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument ist zum Thema Wettbewerb, dass man beobachten kann, dass die Menschen, die auf dem Markt konkurrieren, zum Beispiel um Arbeitsplätze, sich immer mehr emotional inszenieren müssen. Das heißt, es reicht überhaupt nicht mehr, zu einem Bewerbungsgespräch zu gehen und zu zeigen, dass man qualifiziert ist, dass man eine Ausbildung gemacht hat, sondern man muss sympathisch wirken. Ich glaube, noch nie bei uns das Ver Aveben hat uns gefühlt, aber das ist kein Vergnügen, ich denke, dass wir vieles Gefühl haben und vielen Typen. Aber der Vergnügen wir verstehen, dann wir das Vergnügen haben, die vor allem über die Flgie zu über die Verwendung des Instradieffeksts. Es gibt die ein bisschen Liebe, wie du es selbst gibt. Die Lebensmittel sind keine Probleme. Sie können ein Leben für dich ausprobieren. Sie werden die Dinge begeistert. Warum? Das ist auf solche Menschen's Next ... Viele Menschen, die Lebensmittel, ist sehr gut.